Geschätzte Publikum, geschätzte Züchter, geschätzte Ausstellungen. Bevor ich euch wieder bekannte geben, wer das heute die schönste Fue ist, welche Fue, das bis letztlich mit dem Ring wird schon, die Frage, die man sich sicher seit Tagen, seit Wochen, seit Monaten gestellt hat, wo sie gespekturiert ist worden, welche könnte es sein in diesem Jahr? Bevor ich euch die Antwort auf diese Frage wieder geben, möchtest du es schon nicht unterlegen und mir ganz herzlich im Organisationskomitee von EXPO-KÜN zu bedanken. Darum haben sie mir geschenkt, die wunderschöne, sehr gut organisierte Show mit ihren wunderschönen Fue, die wir zurückgeben. Es ist auch schön, hier zu sein, mit so vielen Leuten, die diese Widerschaft haben, Fue, schöne Fue. Ohne die grosse Widerschaft, hätten wir das nur noch nie in der Geschichte von mir reden. Ich bin nicht vergnügt und schnitt es in der ganzen Welt die Hand, die schöneren Ausstellung führen, die wir kriegen. Zurück ist noch, dass ich ein grosses, ein grosses Tanzen-Schön, ein grosses, nicht viel Augenzug zufass, die wir in die Richtung gestellt haben, eine Augenzug zufass, die alle Ausstellungen, die untervorbereitet haben, dafür tanke haben, dass ihr das super professionell macht, in einer Zeit, in der sicher angespannt ist, wo nicht alles zahlt wird. Ich bin nicht vergnügt, dass die Widerschaft und die Motivation im Publikum das ist der Beweis, dass die Leute eine grosse Widerschaft haben, eine grössische Stadt in einer Augen. Ich habe das Gefühl, dass ich dieses Kind bin. Ich habe das Gefühl, dass ich heute auf einmal neue Würden vorstelle. Ich würde euch jetzt die schönsten Fue in den Würden sagen, ich sage euch, dass die Niederwünsche auf Antwort auf die Grosstehung vor allem die Achtheit. Ich wünsche euch noch den Fertigen Applaus, für all die Schüsse und heute in den Däumen. Herzlichen Glückwunsch! Le Jules wird jetzt die Champion und ihre Reserve auswählen. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018